Du machst dir bequem, Lotte, zieh dir die Schuhe aus, lass uns die Ruhe ausnützen, die uns hier endlich uns spart. Du machst dir bequem, Lotte, geh dir die Platte auf, leg eine Platte auf, möglichst mit Klavier, ohne Gesang. Du hast heut so ein komisches Kostüm an, mit Knöpfen hinauf bis zum Ohr. Ich sah mal einen Film, ich glaub mit rüber, da kamen ganz genau dieselben Knöpfe vor. Du machst dir bequem, Lotte, ich glaub, ich red so viel, doch es vergeht so viel Zeit. Wir sind noch jung und außer dir. Sei nicht böse, hör nicht auf mich und mach es dir bequem. Mein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Walter war Raubritter in Wittelsburg am Rhein. Das war natürlich noch im Mittelalter. Heute fiel ihm so etwas nicht an. In meinem Schlafzimmer steht jetzt noch sein Gerippe. Wie wär's hättest du Lust, es mal zu sehen? Genau wie er war meine ganze Sippe. Die Tante Frieda war des Raubritters gemagen. Sie endeten gemeinsam am Schafott. Die Tante Ida war bekannt als Kannibalin. Sie aß am liebsten Kinder mit Kompott. Ihr Sohn Tobias hatte vielerlei Komplexe. Und manche sind noch heute anwendbar. Seine Tochter überbrannte Mann als Wixer. Wahrscheinlich, weil sie wirklich einen war. Dann kam mein Urgroßvater, Waldemar von Flemmer, der brachte seine Krankenschwester. Sie spukt sogar noch jetzt durch dieses Zimmer, wenn du sie siehst und hörst, dann kümmere dich nicht um. Berühmt war meine Großmutter, Ludmilla, die brachte sieben Männer im Bad. Begrübt an alle sieben in ihrer Finale, natürlich nicht zusammen, separat. Ich selber mache jägliche Travente, du wusstest nicht, ob ich dachte, dass man's weiß. Ich sammle neue Folterinstrumente. Was hast du, Lottchen? Ist er etwa heiß? Oh. Was dir gegründet wird. Trink ein Glas Wein mit mir. Doch stell dich ein mit mir. Ob es jetzt doch lieb? Also sein Steck. Doch mein Problem, Lotte, ist, wie entspann ich dich? Und fernab, wann ich mich endlich dorthin schief, wo ich dich ahne. Mir scheint, du bist nervös und auch verdrassen. Genauso wie andere Frauen. Wo läufst du hin? Die Tür ist doch verschlossen. Jetzt komm sofort zurück zu mir. Du kannst mir das Licht zu hell. mir ist es nicht zu hell, denn ich will ja sehn, was ich mir dehn. Aber warum schreist du nicht auf mich? Warum schreist du? Hör nicht auf mich. Du kannst mir das Licht zu hell, wenn du dir bequemst. Du kannst mir das Licht zu hell. 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 Oh, stehe mich, wie.